Ein alltäglicher Eingriff in einem Krankenhaus wäre Wolfgang Schmidt aus dem Westerwald fast zum Verhängnis geworden. Angefangen hat alles mit einer Untersuchung beim Urologen. Der entdeckte Gallensteine bei ihm und riet ihm zu einer Operation. Also der Urologe hat mir gesagt, das ist eine einfache Sache. Er wäre selbst im Frühjahr operiert worden von seinem Kollegen in dem dortigen Krankenhaus und das wäre problemlos. Ich wäre innerhalb von drei bis vier Tagen wieder zu Hause. Doch es gibt Komplikationen bei der OP, an deren Folgen Wolfgang Schmidt fast gestorben wäre. Was ist eine Sepsis? Sie ist eine Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Eine Sepsis kann durch jede Entzündung im Körper ausgelöst werden. Zum Beispiel durch eine Lungenentzündung oder eine Wunde. Normalerweise hält das körpereigene Immunsystem die Erkrankung in Schach. Ist das aber geschwächt, gelangen Bakterien über die Blutbahn zu den verschiedenen Organen. Aus der Sepsis kann dann ein septischer Schock entstehen. Mit schweren Folgen. Gliedmaßen können absterben. Im schlimmsten Fall versagen Organe. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem. Zum Beispiel frisch operierte, chronisch Kranke wie Diabetiker oder auch ältere Menschen. Weshalb ist eine Sepsis so gefährlich? Eine Sepsis wird häufig nicht rechtzeitig erkannt. Dabei muss sie möglichst schnell behandelt werden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. So war es auch bei Wolfgang Schmidt. Bei der Operation wird die Galle beschädigt. Gallenflüssigkeit gelangt in den Bauchraum. Das hat man dann versucht, Überspülungen zu reinigen, aber das gelang anscheinend nicht vollständig. Und am nächsten Tag wurde dann eine Notoperation anberaumt, von der ich aber nichts mehr weiß, weil ich danach im Koma nach Koblenz verlegt wurde. Dort stellen die Ärzte fest, er hat eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Mehrere Organe sind beeinträchtigt. Zwei Wochen liegt er im Koma. Eine Sepsis hat keine eindeutigen Symptome. Das macht es schwer, sie zu erkennen. Der Mediziner Sebastian Steven forscht an besseren Behandlungsmethoden für Sepsis-Patienten. Man weiß, dass etwa 80 Prozent der Patienten überleben, wenn sie innerhalb der ersten Stunde behandelt werden im Rahmen der Sepsis. Und dass mit jeder Stunde, die verstreicht, sieben Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit wegfallen. Und man müsste tatsächlich dem medizinischen Personal nochmal genau sensibilisieren darauf, dass Sepsis eine extrem gefährliche und tödliche Krankheit ist, die sofort behandelt werden muss. Wie kann man sich schützen? Nach der überstandenen Sepsis hat Wolfgang Schmidt typische Beschwerden. Massive Konzentrationsstörungen, Schmerzen im gesamten Körper. Er ist körperlich extrem geschwächt. Also mir ging es immer noch sehr schlecht. Ich konnte kaum laufen. Wenn dann nur mit Rollator wenige Schritte. War auf jede Hilfe angewiesen zu Hause. Der Pflegedienst kam. Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich musste also fast alles komplett neu lernen. Die Sterberate bei schweren Sepsis-Fällen mit Organversagen ist in Deutschland mit über 40 Prozent deutlich höher als in anderen Ländern. In England liegt sie bei 32, in den USA bei nur 23 und in Australien sogar nur bei 18 Prozent. Eine mögliche Erklärung? In den Ländern sind Aufklärungskampagnen gemacht worden und es ist eine viel höhere Sensibilität für dieses Krankheitsbild der Sepsis vorhanden. Und es ist vielleicht deutlicher in den Ländern, dass Sepsis ein Notfall ist, der sofort behandelt werden muss. Umso wichtiger ist die eigene Vorsorge. Bei manchen kann eine Impfung sinnvoll sein. Gegen die Sepsis gibt es keinen Impfstoff. Was man aber natürlich machen kann, ist sich gegen die Erkrankungen, die die Sepsis auslösen, impfen lassen. Dazu gehört zum Beispiel die Pneumokokken-Impfung, die für Patienten insbesondere über 60 empfohlen wird. Oder auch die Impfung gegen die Influenza, die auch ab dem 60. Lebensjahr durchgeführt werden sollte. Fazit. Rechtzeitig erkannt ist eine Sepsis gut behandelbar. Wolfgang Schmidt hatte Glück im Unglück. Aber sein Vertrauen in die ärztliche Behandlung in Krankenhäusern hat er verloren. Ich bin der Mann, wenn er sich nicht auf den hat, wie sie nicht machen, ist es für eine Möge. Ich bin der Mann, wenn sie nicht auf die Möge ist, alle Leute in die Möge sind, Ich bin der Mann. Wenn er eine Möge ist, ist es ein kilogrammestyk. Ich bin der Mann. Vielen Dank.